3, 2, 1, Aktion! Hallo, guten Tag! Guten Tag, wie heißt du? Ich heiße Sebastian. Hallo Sebastian, was tut dir weh? Ich habe Heizschmerzen. Hast du Husten oder Fieber? Ja, ich habe Husten, aber ich habe keine Fieber. Schläfst du gut? Nein, nicht gut. Ich habe Prüfungen diese Woche. Schläf bitte gut. Okay. Auch nimm Tabletten und diese Medikamente. Wie oft nehme ich es? Dreimal nach dem Essen. Okay, vielen Dank. Gehen geschehen, Sebastian. Gute Erbesserung. Danke, auf Wiedersehen. Tschüss. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss. Sie mun ist.